Wobei man beim Obst heute weiß, dass der Fruchtzucker ein ganz streng limitierender Faktor ist. Wenn wir eben Stress haben und dann Fruchtzucker zu uns nehmen, dann haben wir ein Leberproblem, weil die Leber verfettet von Fruchtzucker. Da muss man beim Obst also sehr vorsichtig sein. Also diese drei Gläser O-Saft am Morgen oder A-Saft, das ist also jetzt für viele Leute überhaupt nicht gesund. Sondern man muss also jetzt da die Balance halten zwischen den fördernden Kohlenhydraten, auch vor allem Ballaststoffen, die die Actinobacteria füttern und den Proteobakterienfütterungen, also Eiweiß.